auch wenn ich ein bisschen angst habe wir spielen heute endlich five nights at freddy's 2 weiter hier in nacht zwei diese zweite nacht wird um einiges schlimmer noch mal denn da kommt so ein fuchs so wir schießen auf fuchs den keiner mag ansonsten müssen wir weiterhin die musikbox aufziehen wartet mal es gab doch auch einen besagten hatten wir den schönen nacht 1 ich weiß es nicht ach so geht das ach Balloonboy gab es ja auch noch den habe ich ja gar nicht verstanden ach ja da ist Mangle aber ich weiß leider nicht mehr so recht wie ich da ist wo wieder Bonny was der funktioniert bei Foxy ja nein der funktioniert eben nicht bei Foxy ich muss ihn einfach mit der Taschenlampe ein paar mal anleuchten so wahrscheinlich finde ich aber auch das ist okay so weil die scheinbar ihre Orientierung verlieren alter ich hätte fast die scheiß Musikbox jetzt vergessen wartet mal ich hab den scheiß Balloonboy gehört ja scheiße ich weiß halt nicht wie Balloonboy funktioniert wartet mal es kann sein dass ich sterbe nee da ist nicht da ja hi hi ich weiß hör auf mir Angst zu machen blöds Vieh wo bist du denn ach du scheiße mach die Kamera weg Mo leverage Sehe ich den auch von meinem Gesicht rumlungern Mo leverage mo leverage ich weiß waren nicht wie Balloonboy funktioniert sein ich hör ihn aber vergesse leider manchmal wo der scheiß Musikbox ist muss ich erscheinen noch weg Ach du Scheiße. Was muss ich da machen? Hör auf damit! Was? Hey, was ist denn seine Mission jetzt? Ich glaub, ich bin tot, ne? Verpisst du dich noch, oder? Ich meine... Eigentlich nicht. Bin ich froh, dass ich mich nicht so da erschreckt hab, weil ich da drauf eingestellt war. Ach, Mann! Ist jetzt schon um eins. Weiß leider nicht, wo wir vorhin waren, aber es wirkt schon mal gar nicht so schlecht. Kein Foxy, kein Balloon Boy, einfach niemand. Ja, Balloon Boy hat sich wieder bewegt. Da ist... Wie mach ich ihn weg? Oder sie, was auch immer es ist. Das verstehe ich nicht, wie ich Mangle wegkriege. Hallo, was? Mach das weg. Ich weiß halt leider nicht, wie ich den wegkriege. Da ist irgendwas. Nein, das ist die Musikbox, ne? Ja, ich kann nicht so schnell. Ich glaub, ich bin tot, oder? Was ist denn das eigentlich für ein beschissenes Geräusch? Okay. Schnell Musikbox. Hallo, mach da. Da ist Foxy. Ja, fuck. Was soll ich denn noch bei dem Typen machen? Ja, komm, friss mich. Also, sorry. Bei Loon Boy ist halt der, der mich immer abfuckt. Aber was wollte denn jetzt Mangle von mir? Das hab ich auch nicht verstanden. So, Bonny kommt jetzt hier vorbei. Kann ich jetzt wegmachen, ne? Was, dass der mal kam? Kack Musikbox. Da ist Mangle. Ich weiß nicht, was der macht. Sie, kein Plan. Bonny ist auch schon wieder relativ nah. Fühl ich jetzt erstmal nicht so. Das wollte ich nicht. Ich komm halt leider manchmal mit dem Knöpfen noch durcheinander. Komm vorbei. Ich bin bereit. Mach, 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 mach. Mach! Mein, ich muss die verdammte Musikbox aufladen. Hallo. Das ist doch Scam ohne Witz. Ja, egal was ich mache, ich sterbe. Ich bin froh, ne? Ja. Ach komm, das ist voll schwer. Irgendwas ist hier. Ja, Bonny halt wieder, ne? Geh vorbei. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll, wenn er da drin ist. Eigentlich muss ich doch sofort die Maske runternehmen, oder nicht? Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, sehr, sehr hoch. Naja, hello. Ich muss erstmal die Musikbox. Kein Foxy. Hallo. Hallo. Ja, jetzt kommt halt Balloon Boy wieder. Wieso kann ich denn manchmal nicht in die Mitte leuchten? Habe ich Foxy abgewehrt? Ich muss kurz gucken. Ich glaube, ich bin schon wieder tot. Wie mache ich Balloon Boy weg? Muss ich einfach einen Scheiß auf den geben, oder? Wie verschwindet der denn? Bonny war auch da? Ach lol. Hi. Okay, er ist weg. Da ist halt jetzt Freddy. Oh, Alter, wie schnell. Aber woher weiß ich, wann er weg ist? Das war jetzt höchste Eisenbahn. Okay, alles andere ist erstmal egal. Chica. Hä? Was mache ich bei dem denn? Irgendwas ist hier drin. Real talk, ich verstehe Mangle nicht. Der hat mir jetzt eigentlich alles ruiniert. Was? S. Ich weiß echt nicht, was das ist. A. Das habe ich noch nie gesehen. V. S.A.V. E. Save. Save. D. Ja, E. Ja, E. Kommt, ich weiß. Save them. Save them. Ach, ich kann rennen? Oder wie? Es war auf jeden Fall Puppet. Und wir wollen, keine Ahnung, Golden Freddy? Golden Bonnie? Ich weiß es nicht. Ich schaue mal nach, was die Animatronics machen. Ich nehme euch jetzt nochmal komplett mit. Ich habe mir ein bisschen was gelesen zu den Animatronics, zu denen ich nicht so viel wusste. Also, Foxy ist klar. Die Freddy, Chica und Bonnie ist ja auch klar. Einfach die Maske. Foxy leuchten. Mangle schwierig. Ich habe das jetzt so verstanden. Man muss die Maske aufsetzen, wenn er hier drin ist. Und dann wird er ein Geräusch machen, wenn er wieder weg ist. Wenn sie wieder weg ist, ich weiß. Das tut mir leid. Balloon Boy, wenn er im linken Schacht ist, muss man definitiv die Maske aufsetzen. Tut man dies nicht, dann hat man ein riesengroßes Problem, denn dann ist man tot. Also, er darf eigentlich auf gar keinsten Falle in euren Raum kommen. Weil dann war es das. Dann habt ihr verloren. Mangle kann man, soweit ich weiß, abwehren, indem man ihn immer mit Licht zustößt. Keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Und, was wollte ich noch sagen? Ich hoffe, der Ton ist nicht viel zu laut. Bei FNAF kann ich das nicht einschätzen. Äh. Was wollte ich ihm jetzt sagen? Sagt es mir mal bitte. Achso, genau. Ist Balloon Boy, ist Balloon Boy in einem, ist Balloon Boy in eurem Raum? Dann habt ihr verloren, weil er euch die Taschenlampe, ne nicht die Taschenlampe, er klaut euch eure Batterie. Und dann könnt ihr ja Foxy eh nicht mehr abwehren. Und dann war es das. Ist er weg? Kann das sein? Warte mal. Ja, ich dachte, ich hätte da gerade Augen gesehen. Nein. Da ist... Ja, da... Das ist Mangle. Ach man, jetzt fangen sie an, ne? Ich meine, an sich ist egal, wo sie sind. Chica kommt, Bonnie kommt. Okay. Ich muss mich jetzt mal kurz hier drauf konzentrieren. Wir machen das nochmal kurz voll. Das ist nämlich auch etwas, was ich gelesen habe. Es soll immer am besten so gut wie möglich voll sein. Da ist Freddy. Ich weiß nicht, warum die jetzt auf einmal so ausrasten. Und alle kommen. Chica. Die müssen wir erstmal vorbeilassen. Bitte los! Ich höre sie. Ja, wir haben verloren. Ich muss abnehmen. Und ich muss sofort die Musikbox eigentlich aufladen. Das ist halt super schwierig. Ohne Witz. Ich weiß halt nicht, ob jemand links oder rechts im Gang ist. Das konnte ich jetzt nicht überprüfen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Oh Gott. Das steht noch da. Aber wann ist er denn weg? Woher weiß ich denn das bei Freddy? Da ist Foxy. Irgendwas ist scheiße. Ich weiß. Die Musikbox... Die Musikbox ist halt das Stressigste in dem Spiel. Chica. Okay. Ja, ich muss. Ich glaube, wir kommen ganz okay durch. Mein großes Problem ist Bonny. Kein Plan, wo der ist. Genau da, wo ich befürchtet habe. Um ehrlich zu sein. Nein, das wollte ich nicht. Alter, mach das. Komm durch. Komm sofort durch oder lass es. Boah, ich hasse die Animatronics. Ich weiß nicht, was ich gegen die machen soll. Es ist wirklich unfair. Es ist einfach nur unfair. Ich meine, woher soll ich wissen, wann Bonny denn in meinen Gang kommt? Das kann ich ja nicht riechen. Ich versuche es jetzt nochmal. Einmal. Scheiße. Ja, gut zu wissen, dass da Bonny immerhin ist. Aber Mangle kriege ich halt jetzt wieder gar nicht weg. Keine Ahnung, wie ich das vorhin geschafft habe, dass die... ...so gut war. Also, dass sie mich halt gar nicht genervt hat. Ich muss nach Foxy gucken. Ich vergesse das immer mal. Sorry. Ich habe halt Angst in dem Spiel. Also wirklich. Das haben sie halt schon gut... Das hat er gut hingekriegt. Ich weiß halt nur nicht, wo Balloon Boy hin ist. Sagt halt immer, hi, hi, hi. Ja, schön. Da. Ich muss nur kurz Foxy abwehren. Hä, aber was soll ich ihn machen? Okay, er müsste weg sein. Balloon Boy ist aber auch weg. Nein, ist er nicht. Ich muss. Bis er weg ist, wenigstens. Hä, aber ich habe nur noch zwei Akkuleiste Taschenlampe. So, ich muss sofort mal hier unten gucken. Die sind leer. Genauso wie die Musikbox so gut wie leer ist. Ah, okay. Da geht er dann da zurück. Ja, Foxy ist im Gang, ne? Sonst könnte ich nicht leuchten. Ja, sonst könnte ich leuchten wahrscheinlich. So, Bonnie geht vorbei. Warum auch immer er jetzt so schnell vorbeigeht, ich weiß es nicht. Also das finde ich sehr, sehr random gemacht. Was mache ich gegen Mängel? Ich weiß es nicht. Sie ist halt so die gefährlichste. Ich meine, ich hatte gelesen Maske. Ich muss aufladen. Eines andere ist halt sowieso der Tod. Kann ich es nicht ändern, wenn ich jetzt sterbe. Ach du Scheiße. Ach du Heiliger. Mann, aber Foxy, ich weiß es doch nicht. Ich muss auf irgendeinen Ton achten. Sorry, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Das ist zu schwer für mich. Das gebe ich auf offenen Ehrlich zu. An sich hat das Spiel wirklich coole Mechaniken. Definitiv. Das würde ich gar nicht dem Spiel abschlagen. Es ist an sich auch wirklich cool. Es hat mir auch oftmals großen Spaß gemacht. Und auch jetzt habe ich ja gerne diese knapp 20 Minuten aufgenommen. Ich habe ja natürlich viel länger gespielt, als ihr jetzt seht. Aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Gibt es wirklich keine Tricks wie in FNAF 1 zum Beispiel, wie man Freddy die ganze Zeit stunnen konnte? Mann, das ist doch blöd. Aber ich gebe nicht auf. FNAF Content wird trotzdem weiterhin kommen, weil ich die Spieler euch trotzdem gerne wenigstens vorstellen möchte. Abschließend werde ich wohl kaum welche, weil ich dafür einfach zu schlecht bin. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie ich das hier schaffen kann, als so schlechter Spieler, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, weil ich habe eigentlich keine Ahnung. Ja, aber ansonsten danke ich euch vielmals für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play FNAF Five Nights at Freddy's 2. Beim nächsten Mal geht es vielleicht noch weiter, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.